Guten Abend meine Damen und Herren! Guten Abend! Willkommen! Hey Fans! Tag! Dürfte, dürfte ich um Ihre Aufmerksamkeit bitten? Es ist mir eine große Ehre, Sie heute Abend hier durchs Programm zu führen. And see what's on the slab? Mit nichts als Gedanken sprechen! Meine Kinder! Die Vernichtung! Aber inzwischen hat das Publikum schon so viel gesehen, dass es sich nur noch langweil dabei. Ich habe fertig!